Es befinden sich immer wieder auch fremde Kinder, die in der Gegend nie meisen darauf, dass das Trio wie von Kiran Bahar und ihre Mutter in den folgenden drei Jahren noch mehr Kinder haben, bis zu 42 Kinder gewesen sein. Im Oktober 1996 verschwindet die neun Jahre alte Kranti aus Nasek in Indien. Die Polizisten, die den Fall übernehmen, als die Vermisstmeldung des Mädchens eingeht, haben noch keine Ahnung, was sie im Rahmen ihrer Ermittlungen aufdecken werden. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die Mutter des vermissten Mädchens, Pratibar, erzählt den Polizisten, dass sie den Verdacht hätte, dass eine Frau namens Anjena und ihre beiden erwachsenen Töchter Renuka und Sima für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich seien. Die Ermittler wollen die drei natürlich befragen, doch sie sind nicht zu Hause. Vermutlich, da sie mitbekommen haben, dass die Polizei zu ihnen unterwegs ist. So hatten sie die Gelegenheit, sich vor ihrem Eintreffen zu verstecken. Doch da sie offenbar nicht mit ausgiebigen Ermittlungen rechnen, kehren sie einige Tage später nach Hause zurück. Sie haben etwas Unglaubliches vor. Sie wollen auch Pratibars zweite Tochter entführen. Sie rechnen nicht damit, dass die Polizei sich in der Nähe ihres Hauses positioniert hat und sie bereits observiert. So können sie rechtzeitig eingreifen und verhindern, dass etwas weiteres geschieht. Das Trio wird direkt festgenommen. Auch Renukas Mann Kiran wird kurze Zeit später verhaftet. Die vier werden getrennt verhört, doch Anjena verweigert zunächst jede Aussage. Nach einigen Tagen beginnt Kiran dann aber plötzlich auszupacken und gibt zu, dass die 58-jährige Anjena gemeinsam mit ihren Töchtern, der 23-jährigen Renuka und der 21-jährigen Sima, das Mädchen gekidnappt und getötet hat. Zudem behauptet er, dass die drei Frauen weitere Kinder getötet hätten. Kiran, der den Job hatte, die Leichen der Kinder zu beseitigen, erklärt der Polizei, dass er Grantis Leiche in einem Zuckerrohrfeld bei Pune vergraben hat und seine Aussage kann kurz darauf bestätigt werden. Nachdem Kiran begonnen hat, auszusagen, ist Sima die erste der Beschuldigten, die die Taten ebenfalls einräumt und zugibt. Das Haus der Familie wird durchsucht. Dabei findet die Polizei Hinweise darauf, dass das Trio, wie von Kiran behauptet, weitere Kinder entführt und umgebracht hat. Sie bewahren Kleidung von verschiedenen Kindern auf und auf Fotos von Renukas eigenen Kindern, die darauf auch mit Kindern aus dem Ort zu sehen sind, befinden sich immer wieder auch fremde Kinder, die in der Gegend niemand kennt. Die Schwestern Renuka Shinde und Sima Gavit leben mit ihrer Mutter Anjena in Kolhapur in Indien. Die beiden sind Anjenas einzige Kinder. Anjena, in Naschik geboren, brennt als junges Mädchen mit einem LKW-Fahrer durch und lässt sich mit ihm in Pune nieder. Sie bekommt von ihm ihre Tochter Renuka. Doch eines Tages ist ihr Freund nicht mehr da. Er hat sich über Nacht aus dem Staub gemacht. Ein Jahr später lässt Anjena sich mit einem Soldaten, Mohan Gavit, ein und heiratet ihn. Sie bekommt von ihm ihre zweite Tochter, Sima. Doch Anjena hat sich einen anderen Partner vorgestellt und möchte Gavit verlassen, wofür sie seine Einwilligung benötigt. Er bereitet ihr keine Probleme bei der Trennung und sie zieht mit ihren beiden kleinen Kindern aus. Doch Anjena findet keine Arbeit und ist bald mittellos. Also kehrt sie nach einigen Monaten zurück zu Mohan Gavit und bittet ihn, sie wieder aufzunehmen. Doch er lehnt ab und lässt sie mit den beiden kleinen Kindern quasi auf der Straße. In den folgenden Jahren hält sie sich mit Diebstählen und Betrügereien über Wasser und sobald ihre Kinder laufen können, bringt sie ihnen bei, wie man Taschendiebstähle begeht. So leben die drei Jahre lang und es ist für alle natürlich mühsam. Sie ziehen zwischen verschiedenen Orten herum, überwiegend in Pune, Naschik und Kolhapur, wo sie schließlich eine kleine Hütte haben. Ungefähr im Alter von 15 wird Renuka schwanger und heiratet den Vater ihres Kindes, doch er verlässt sie nach weniger als einem Jahr wieder. Im Jahr 1990 hält sie sich mit ihrem Sohn, Suthir, von dem Shaturshringi-Tempel in Pune auf, wo sie Taschendiebstähle begeht. Und plötzlich wird sie erwischt und eine Menschenmenge versammelt sich um sie. Sie argumentiert, dass eine Mutter mit einem kleinen Kind doch keinen Diebstahl begehen würde und tatsächlich lassen die Leute sie gehen. Als sie ihrer Mutter und ihrer Schwester von dem Vorfall erzählt, kommen die drei gemeinsam auf die Idee, dass es gut wäre, beim Stehlen immer ein Kind dabei zu haben, um sich herauszureden. Sie beginnen direkt, ihren Plan umzusetzen und entführen in der nächsten Zeit mehrere kleine Kinder, alle unter zwei Jahre alt, die dann bei ihnen wohnen und sie bei ihren Liebestouren begleiten müssen. Sie beobachten Kinder in armen Vierteln und wählen gezielt die Kinder auf, die oft und lange unbeaufsichtigt draußen sind. Sie nehmen an, dass viele der mittellosen Eltern ihre Kinder nicht vermisst melden werden und wenn, dass es dann nicht besonders hohe Wellen schlagen wird. Sie behalten Recht. Die meisten ihrer Taten werden zunächst nicht gemeldet. In den Fällen, dass die Polizei tatsächlich von einem vermissten Kind erfährt, halten sich die Ermittlungen im Rahmen. Spuren auf Anjena, Renuka und Sima werden nicht gefunden. Da die Kinder alle noch so klein sind, haben sie also, auch wenn sie mit den Diebinnen unterwegs sind, kaum eine Chance zu flüchten oder auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Auf dem Markt in Kulhapur, wo Sima wenig später beim Stehlen erwischt wird, wirft Anjena absichtlich das ein Jahr alte, von ihr entführte Kind, das sie dabei hat, zu Boden, damit die Leute von dem Geschrei abgelenkt werden. So kann Sima flüchten. Das Kind, Santosh, ist bei der Sache erheblich am Kopf verletzt worden. Doch natürlich lässt Anjena ihn nicht behandeln, sondern nimmt ihn wieder mit nach Hause, wo er den ganzen Tag lang weint. Sie hat ihn von seiner Mutter gestohlen, während die Frau auf der Straße gebettelt hat. Nun wird er das erste Todesopfer der drei Frauen. Da er nicht mehr aufhört zu weinen, schlägt Anjena am Abend seinen Kopf immer wieder gegen ein Eisengitter, bis er stirbt. Renuka und Sima, die gerade beim Abendessen sind, schauen dabei zu. Die Leiche des Jungen lassen sie auf einen Platz zurück, auf dem alte Fahrzeuge herumstehen, und sie wird direkt am nächsten Tag gefunden. Doch da für Santosh keine Vermisstenmeldung vorliegt, kann die Polizei zuerst nicht ermitteln, wer der Junge ist. Währenddessen entführen die Schwestern und ihre Mutter immer weitere Kinder, benutzen sie auf ihren Liebestouren, solange sie mitmachen, aber töten sie, sobald sie nicht mehr mitgehen wollen oder die Familie in irgendeiner anderen Weise stören oder ärgern. Über das Leben der Kinder bei der Familie sind nicht viele Details bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln und Kleidung nicht gerade eine Priorität der drei Frauen war. Nur wenige Monate nach Santosh bringen sie die ebenfalls ein Jahr alte Baffner um, da sie zu viel weint und sie somit stört. Sie binden ihr den Mund zu, packen sie in eine Tasche und nehmen sie so mit in ein Kino, wo sie sie auf der Darmtoilette ertränken. Ihre Leiche lassen sie auf dem Rückweg an einer Müllhalde zurück. Renuka hat zwischendurch einen neuen Mann kennengelernt und geheiratet, und zwar Kiran Schinde. Er bekommt von den Taten der Frauen mit und hilft ihnen in Zukunft, wie wir ja bereits wissen, mehrfach dabei, die Leichen zu entsorgen, was dazu führt, dass weniger ihre Opfer gefunden werden. Renuka bekommt mit Kiran drei weitere Kinder, um die sie sich im Gegensatz zu ihren Opfern sehr liebevoll kümmert. Im Jahr 1993 beginnt das Trio, einige Kinder von Bahnhöfen in Mumbai zu entführen. Warum sie so viele Kinder entführen, bleibt auch nach ihrer Verhaftung unklar. Sie geben zwar an, sie für ihre Liebestouren benötigt zu haben, aber warum mussten es so viele sein? Bis zum Jahr 1993, also in einem Zeitraum von nur drei Jahren, haben sie bereits mehr als 20 Kinder entführt. Mit Sicherheit nachgewiesen werden, können dem Trio am Ende aufgrund mangelnder Beweise nur 13 Entführungen und 5 Morde. Aber die Polizei schätzt, dass es in Wahrheit bis zu 42 Kinder gewesen seien, die von den dreien entführt und möglicherweise getötet wurden. Die Schwestern selbst behaupten, Dutzende Kinder entführt und neun davon getötet zu haben. Die Kinder, die sie nicht umbringen, schicken sie zum Betteln auf die Straße, wenn sie älter werden und sie müssen sich dann alleine durchschlagen und dürfen nicht mehr ins Haus zurückkehren. Da die Kinder alle noch so klein waren, als sie von den Täterinnen mitgenommen wurden, wissen sie gar nicht wirklich, was mit ihnen geschehen ist und melden die Vorgänge im Haus auch niemanden. Ermittlungen finden 1993 jedoch immer noch nicht statt, da nach wie vor kaum vermissten Meldungen vorliegen und die Polizei sowieso, auch aufgrund der unterschiedlichen Orte, keine Gemeinsamkeiten zwischen den Taten feststellen kann. So nehmen Renuka, Sima und ihre Mutter in den folgenden drei Jahren noch mehr Kinder mit und bringen sie um, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie es möchten. Anfang 1996 locken sie den vierjährigen Pankai Mammonka mit sich. Er ist das älteste Kind, das sie bisher mitgenommen haben und als sie mit ihm unterwegs sind, um zu stehlen, beginnt er, Passanten von seinen Eltern zu erzählen und sagt, dass er nach Hause will. Anjena kann sich herausreden und sagt, sie sei die Großmutter des Jungen und alles sei in Ordnung. Am Abend hängen sie Pankai kopfüber von der Decke und schlagen seinen Kopf immer wieder gegen die Wand, bis sie ihn umgebracht haben. Ein sieben Monate altes Mädchen wird von Sima mehrfach zu Boden geworfen, bis es stirbt. Während Kiran, Renukas Mann, meist die Leichen der Kinder beseitigt, übernehmen die Schwestern dies auch gelegentlich selbst. Den Körper des Babys schneiden sie in mehrere Teile, die sie in eine Tasche stopfen. Als sie damit unterwegs sind, um sie zu entsorgen, gehen sie vorher erst noch einen Film schauen und etwas essen. Im Jahr 1995 und 1996 gehen auch endlich einige weitere Vermisstenmeldungen ein und die Polizei beginnt sich langsam die Frage zu stellen, ob ein Zusammenhang dahinter stecken könnte. Doch sie wären Renuka, Sima und Anjena sicher erst viel später auf die Spur gekommen, wenn sie nicht die neun Jahre alte Kranti entführt hätten, deren Mutter der Polizei den konkreten Verdacht mitgeteilt hat, dass die drei Frauen etwas damit zu tun haben könnten. Doch wie ist Pratibar, also Krantis Mutter, überhaupt darauf gekommen? Und warum haben die drei plötzlich ein neun Jahre altes Mädchen entführt, obwohl ihre Opfer zuvor doch alle zwischen knapp einem und maximal vier Jahre alt waren? Der Grund, warum Kranti ausgewählt wurde, ist, dass Anjena sich persönlich an ihren Eltern rächen wollte. Pratibar, Krantis Mutter, ist die neue Frau von Mohan Gavit, Simas Vater, mit dem Anjena kurzzeitig verheiratet war und von dem sie abgewiesen wurde, als sie verzweifelt zurückkehren wollte. Dies macht Kranti zu Simas Halbschwester. Im Prinzip das gleiche Verhältnis, in dem Sima auch zu Renuka steht, denn sie sind ja genau genommen auch nur Halbschwestern. Anjenas Plan war es, auch alle Geschwister von Kranti zu entführen, aber bei dem Versuch der Entführung ihrer Schwester wurden sie ja dann festgenommen. Offenbar war Anjena in dem Glauben, dass es kein Problem darstellen sollte, das Kind verschwinden zu lassen und umzubringen, da sie ja bereits so viele Kinder entführt haben, ohne entdeckt zu werden. Um die Tat bei den Gavits zu begehen, kehren Anjena, Sima und Renuka 1996 nach Naschik zurück und lassen sich dort nieder. Pratibar hatte keinerlei Ahnung von den Machenschaften der Frauen. Ihr Verdacht, dass sie in das Verschwinden ihrer Tochter verwickelt sind, kommt daher, dass Anjena auch in der Vergangenheit kein Geheimnis aus ihrer Eifersucht gemacht hat und über die Jahre immer wieder versucht hat, Mohan zurückzugewinnen. Nachdem er dann Pratibar heiratet und mehrere Kinder mit ihr bekommt, steigert dies Anjenas Eifersucht noch mehr. Nach einem Jahr in U-Haft, noch bevor der Prozess beginnt, stirbt Anjena im Alter von 59 Jahren. Ihre beiden Töchter Renuka und Sima werden zum Tod verurteilt. Renukas Mann Kiran kommt straffrei davon, da er umfangreiche Aussagen gegen die drei Frauen gemacht hat. Die beiden Schwestern reichen einen Gnadengesuch ein, doch es wird innerhalb von sieben Jahren nicht beantwortet. Aus diesem Grund wandelt das Gericht ihre Todesstrafen in lebenslängliche Haft um. Mittlerweile sitzen die beiden seit über 25 Jahren im Gefängnis und sind 46 und 49 Jahre alt. Die örtlichen Behörden haben die Entscheidungsgewalt darüber, ob sie irgendwann in der Zukunft auf Bewährung entlassen werden. Was glaubt ihr, warum haben die drei Frauen so skrupellos gehandelt? Lasst mir wie immer gerne eure Meinungen unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020